Hallo Vogue, ich bin Emilia Schüle und kommt rein, wir machen uns gerade fertig für die Gucci Show. Ja, fühlt euch wohl. Heute ist meine allererste Fashion Week Show in Mailand. Ich bin super aufgeregt und ich freue mich, dass es Gucci sein darf. Irgendwie weiß ich noch gar nicht so viel darüber. Weiß irgendjemand da drüben was? Draußen, drinnen? Wir lassen uns komplett überraschen. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil die letzte Show war spektakulär mit den Twins. Und ich bin gespannt, was sie sich dieses Mal einverlassen. Ich glaube, wir haben noch vier Stunden. Wir sind sehr deutsch und oberpünktlich. Ahead of time. Hier, Schedule. Alles nach Schedule, Leute. Aber wir können dann noch in Ruhe frühstücken. Wir haben heute ein so geniales Outfit, ich kann es nicht erwarten, es tragen. Ich weiß gar nicht genau, wie man das bezeichnen soll, aber es ist eine Hose. Aber der obere Teil der Hose fehlt. Aber es ist befestigt an Stripes und einem Gürtel. Und da drunter ist eigentlich eine kurze Lederhose. Und wir machen einfach ein bisschen Smoky Eyes. Kein Liner haben wir uns überlegt. Und einfach schöne lange Lashes. Genau. Das ist der Plan gerade. Ich habe auf jeden Fall im Laufe meiner Zwanziger, die jetzt vorbei sind, gelernt, dass ich mich immer am wohlsten fühle, wenn ich mich bewege, wenn ich genügend schlafe, wenn ich Nein sage zu Dingen, denen ich mich nicht wohlfühle. Und dann fühle ich mich auch einfach am selbstbewussten und am schönsten tatsächlich. Ich habe mich nicht schlafen, also ich will dir nicht schlafen, meine un-schlafen Legs zeigen. Das ist so gut. So, like, ups. I'm putting the socks up. Die Märchen liegen total blank, wirklich. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, da jetzt wirklich hinzugehen. Es hat sich einfach über die 20 Jahre so viel Spannung aufgebaut. Ich weiß es nicht. Wir sind dafür selbst gegen. Ich schreibe es jetzt ab. Bereiten ab, alles abgestimmt, Koffer gepackt, Outstick da. Das war's jetzt. Ja, schade. Aber ich meine, wir haben... Tschüss. Tschüss. Tschau. Guck mal nicht. Ich zeig euch jetzt das Outfit. Kommt, kommt, kommt. Kommt rein. So. Also Make-up und Haare sind fertig. Also das ist die Hose, die ich versucht habe zu beschreiben. Und da drunter kommt... Zack. Ist das nicht geil? Ich freu mich. So und, das habe ich euch auch noch nicht gezeigt, das beste Detail... Und dann gibt es noch wunderbaren Schmuck, der ist auf dieser Seite. Bisschen Chaos. Und die Schuhe? Wo habe ich die? Hm. Oh mein Gott. Vergessen. Haben wir vergessen? Nein, nein, nein. Ich will jetzt keinen Herzbeackdown. Finde ich nicht geiler. Die Schuhe bekommen. Tun wir das nicht an. Hinter den Blumen. Hinter den Blumen. Okay. Wie schön sind diese Schuhe. Das ist ein Traum. Hammer. Oder? Was sind die? Ach, die sind nicht so hoch. Autsch. Vielleicht wird mein Knie verletzt jetzt. Das war's. Jetzt ziehe ich mich um und dann esse ich nur was und dann... Jetzt los. Bis gleich. Oh. Welches hast du bestellt? Das gleiche. Das gleiche? Okay. Wäre es ganz leicht vorher vor der Show. Eine Himbeere. Sonst geht es los. Drei Himbeeren. Und eine Mandarine. Alright. Jetzt brauche ich meine Tasche. Ich brauche meine... Keine analoge Kamera. Sonnenbrille. Ich fühle mich... Amazing. Nein, ich fühle mich einfach als... Als wäre ich wahnsinnig eine sehr coole Person. Nein, wirklich. Ich fühle mich einfach immer wahnsinnig gut in den Gucci-Looks. Sehr, sehr... Edgy, selbstbewusst, verspielt, modern. Und... Ja. Es macht einfach Spaß. Okay. Oh mein Gott, okay. I think... Ist das die Einladung? Habe ich fast vergessen. Emilia, welcome to Milan. I'm excited to have you. Look forward to seeing you. Look forward to. Okay, let's go. Leute. Es ist Zeit. Wir haben noch vier Minuten bis Abfahrt. Okay, let's go. Ja, wir machen noch ein paar Last-Bunde-Touch-Ups. Weil jetzt kann ja alles ein bisschen verrutschen. Und der kleine Freund? Es ist weg? Es ist weg. Ja, okay. Danke. Okay, thank you so much. Enjoy your day. See you one day. Bye. Ciao. Sollen wir noch einen Tee noch für die Fahrplan machen? Irgendwas noch für ein bisschen... Tee? Ja, irgendwas noch ein bisschen... Danke, nein. Wir waren 15 Minuten-Chef, ne? Weißt du? Boah. Ja. Wir fahren eine Stunde ins Show. Ja. Crazy. Sollen wir noch mal Safety-Pee-Pee? Safety-Pee? Ja. It's a 50-minute drive. Ja. Besser. 50? Okay, gut. Ja, besser. Ja, gut. Jas 길. Wie ist dieーーha? Ja. Wie ist dieContext? Das war's. anstalt jeito. Ich voluntere. Das war sowas. So, jetzt ist es gleich soweit. Es geht gleich los. Ich bin schon so gespannt. Es war super schön mit euch. Es war toll, euch dabei zu haben. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.